Ich suche den Hauptbahnhof. Hauptbahnhof? Einfach da. Ist da auch dieses Einkaufszentrum, wo man... Limmelkaplanz? Ja, genau. Ja, das Einkaufszentrum. Ein bisschen leiser, ein bisschen leiser. Ein bisschen leiser nur. Warum? Sorry. Weil die uns sonst hören, aber ich will wirklich nur da hin, wo das Einkaufszentrum ist quasi. Ein bisschen pssst, kannst du flüstern bitte? Ja, warum flüstern? Einfach flüstern, damit die uns nicht hören. Aber ich will da hin, gerne. Ja, ich gucke gerade aus. Wollen wir da auslaufen? Ja. Und dann hören. Das sehen sie schon. Nach links? Ja. Dann nach links. Ah, dieses Flachsatz, was ist das? Was war das? Das war mein Handy. Okay, sorry, ich dachte, du wärst das. Die dürfen uns nicht hören, weißt du? Okay, aber, komm mal. Ich hab da hinten ein Loch gebuddelt. Da können wir uns verstecken. Ich hab ein Loch gebuddelt. Buddenloch. Da können wir uns verstecken. Ich muss kurz ein bisschen untertauchen, weißt du? Ja, da gehst du einfach da hin. Okay, da einfach da. Okay, danke. Ach, ist da aber auch der Bahnhof, von dem ich dann wegkomme hier von hier. Ja, der Bahnhof ist da. Wo genau? Ja, da gehst du gerade hin. Gehst du gerade hin? Kommst du gerade von da? Ja. Hast du da zufällig Leute gesehen, die mich gesucht haben? Das waren so in so schwarze, schwarz gekleidet. Die hatten sogar Putzen. Wissen die, dass ich zum Bahnhof will? Wusstest du, dass ich zum Bahnhof will? Ja. Bist du einer von denen? Nein. Warte mal. Bist du Jack? Nein, bin ich nicht. Wie heißt du? Geht sie nichts an? Ich kenne sie nicht. Du bist Jack, oder? Nein. Weil sie jetzt nicht aufhören, hast du ein Problem mit mir. Hör auf, mir zu folgen. Ich muss da lang. Hey! Hör auf, mich zu... Ich suche den Hauptmann auf. Ja, ich kenne dich gerade schon. Wir filmen mit Frischette der Kamera. Du bist ein Déjà-vu. Habt ihr schon mal so einen Typen getroffen? Ja. Bleib mal ganz kurz stehen, ich kann das erklären. Ich kann das erklären wirklich. Ja, aber bei anderen... Ich weiß. Nein, wir filmen mit Frischette der Kamera. Das war nur Joe. Guck mal, ich bin gar nicht verrückt. Lass mich ganz kurz einmal erklären. Guck mal, ich tue gerade so, als wäre ich so ein bisschen paranoid und würde denken, dass sich Leute verfolgen. Ist es okay, wenn du mit dabei bist? Das war echt eine coole Reaktion. Ja? Alles klar, danke. Ja klar, auf YouTube. Willst du diesen Mann sehen? Ja, wir haben einen YouTube-Channel. Wir haben nur so einen schlafen. Wir haben nur so einen shifting-rug. Dach! Ja, wir haben nur so einen guten Saison. Zum einen. Ich kann das auch mal empfehlen. Nach dem Spiel sagen. Ich habe gerne die Rund. Eine Dramatische Rund. Ich hoffe, es geht mit dem Rund. Es geht mal an. Ich werde mal ein bisschen mitbezigen. Und es geht mir einfach mal an.